Hallo, hier ist Lorenor Tatsuro, mal wieder, mit einem Special, nämlich dem schon lange ausstehenden 50 Abonnenten Special. Und zwar in Form von Pokémon Snap. So, egal, machen wir einfach mal Continue. Gut, ja, ähm, und zwar, um mich einfach mal erstmal zu bedanken für, ja, für, und das ist ja wirklich relativ viel, erstmal für den Anfang. Für 50 Abonnenten. Danke also dafür. Ein Dodu. Ein Pikachu. Ein Smetbo. Ein Dodu auch noch. Ja. Einfach mal Danke zu sagen an alle, äh, die, die von ganz Anfang an dabei waren. Zum Beispiel meinen Kumpel G.R.M.A.N. Oder auch Titus. Ich denke, er hat nichts dagegen, der gibt seinen echten Namen an. Ähm. Er ist eigentlich auch noch geklärt, er hat irgendwann als Gastkommissionator, aber irgendwie wurde da was ein bisschen lange noch nichts. Oder, äh, Error Slick oder sowas. Da gibt's, glaube ich, Error. Ähm, der war auch schon von Anfang an dabei, dass er das zweite Abonnent. Ähm. Das war's jetzt immer alles für welch, die ich, die mich abonniert hat, ein bisschen Schokolade, und zum Beispiel hatten wir da noch, ähm, WeHopLT16, was nicht der echte WeHopLT leider ist, aber naja. Natürlich gab ich zumindest einen Kontakt, das reicht mir eigentlich, dann muss ich mich direkt abonnieren. Ja, ähm, wenn wir Schildpokomano hier einfach führen. Ähm, dann, auch noch natürlich danke an alle, die mich jetzt auch erst vor kurzem abonniert haben, wirklicherweise. Ähm, und das werden zum Beispiel Leute, die aktuell sehr, sehr viele Kommentare schreiben, von denen ich mir oft erstmal den Namen aufleiten kann. weil die Namen schon seltsam sind irgendwelche seltsamen Namen halt, mit dann noch irgendeiner Zahl drin. Ein Labras und ein Kangana. Ähm. Es macht sehr viel Spaß, diese Versuchung. Es machen ja auch keine Pokémon mehr. Ja, auf jeden Fall Dank an euch alle. Insgesamt. Alle, die es hier gerade gekippt haben, die uns abonniert haben, meine Videos gucken, Kommentare schreiben. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar, auch wenn es negative Kritik ist. Also, ihr dürft ruhig negative Kritik schreiben. Das finde ich auch gut. Ich fand es wirklich cool, dass ich immer meine Leute hier nicht sehen kann. Okay. Okay. Yes! Das gibt mir noch Punkte. Das habe ich lange Zeit nicht gesagt. Das finde ich doof. Ähhh... das sind jetzt hier immer los ähm auf jeden Fall auch finde ich sehr interessant wie viele einfach durch mein neuestes Special dazu gekommen äh Quatsch durch mein neuestes ähm ja durch mein neuestes Projekt Pokémon Pokémon? Ich bin total wehre im Kopf gerade natürlich One Piece der beste Anime der Welt One Piece Unlimited Cruise SP dazu gekommen sind das sind etliche ich glaub 20 Leute sind allein durch dieses Projekt dazu gekommen was natürlich schade ist dass Fire Emblem kaum gewöhnt wird aber naja was soll's ähm was natürlich auch ein sehr schönes Projekt für mich war also sowohl Fire Emblem natürlich auch als auch äh One Piece Unlimited Cruise SP weil's auch geland war also ich hab's jetzt schon fertig aufgenommen deswegen sag ich wahr aber es wird natürlich einfach hochgeladen und ja ähm vielen Dank erstmal für den äh ich glaub es waren 10 bis 20 Kommentare pro Video da bei One Piece so geh ich schon mit Glück heute ähm das fand ich schon echt genial also ich bin ja kein sehr bekannter Let's Player leider aber naja ich muss nicht so viel für Zuschauer tun hohoho aber Specials mach ich so so immer gern ähm von daher ich fand das ist es ist sehr viel definitiv vielen Dank dafür äh wenn ihr meine anderen Projekte genauso irgendwie äh boah Voltoball Pikachu ne Elektroball sogar wenn ihr meine anderen Projekte genauso würdigen würdet das wär das wär sogar noch besser aber gut da kann man euch jetzt nicht vorher ja er explodiert ja er explodiert das finde ich auch halt sehr nett so ja das wär das alles so toll kompiert also ich weiß die 3DS Projekte jetzt vertreten weil ich gerade äh der oder einer der wenigen Let's Player bin die diese 3DS Projekte machen hallo Elektroball ja weiter geht's U-Boot was ist da? Hä? Rauchbomben? was soll das sein? komische Fugier ne Buna naja ähm jetzt hab ich den Faden verloren ja zu Gott ich weiß nicht was ich sagen soll ich weiß nicht was ich sagen soll jedenfalls nach wie vor vielen Dank an alle die meine Videos kommentieren und so bitte macht weiter so das ist sehr freundlich von euch hehehe ja ähm ja und genießt einfach noch ein bisschen dieses Special obwohl ich die ganze Zeit den Faden verliere ich finde das genial dieses Programme spielt einfach weil man in seiner tollen Bahn sitzt und so rumfahren kann ja ja das ist ja schrecklich was soll ich wenn man die Kamera nimmt dann schalte ich dieses ein glaub ich mir ja das ist echt so wenn man die Kamera nimmt dann schalte ich mir einen Superfall rein ein mann hier ja sein gute frei schätze das war es dann so weit ein kleines Böckchen ich bin ich bin um ja viel Spaß bei meinen weiteren Collectmen und so ich bin um bis dahin euer Loreno 2 Zorro Oh, das würde ich sagen. 60, aber ein nettes bisschen kommt auch noch bald. Ja, dann. Oh Mann, wieso geht das nicht schneller? Ich habe sogar einen Sprecher. Habe ich ganz vergessen. Gut, dann würde ich sagen, ciao. Bis dann.